Die Aktion ist relativ einfach, weil wir hier drüben ein Glücksrad stehen und da sind Zahlen drauf, zum Beispiel minus 3, minus 2, minus 1 oder plus 3, 2 und 1. Und durch diese Zahlen wird unsere Küche bewegt, von unten oder nach oben. Und so schaffen wir es dann auch, sie runter zu bekommen auf Nullen. Ansonsten gibt es noch viele kleinere Gewinne, nämlich 5 Euro, 10 Euro, 50 Euro Gutscheine zu gewinnen und natürlich viele Trostpreise. Und wenn man dreimal auf das blaue Feld hintereinander kommt, dann hat man die Küche sofort gewonnen, beziehungsweise den Gutschein im Wert von 5.000 Euro. Jeder kann mitmachen, der den Kassenzettel hat und sich bei uns eincheckt am Glücksrad. Glücksrad? Versuchen wir mal unser Glück. Und brauchen Sie eine Küche? Ja, natürlich brauchen wir eine Küche. Wer braucht die nicht? Minus 3 Meter. Also, wieder runter. Ich bin mir sicher, dass wir im Lauf des Nachmittags heute, wenn viele da waren und schon viele gedreht haben, in den Bereich kommen, wo die Küche ganz, ganz tief unten ist. Jetzt drücken wir uns die da. Komm, 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 5.000, 5.000. Bleib stehen, bleib stehen, bleib stehen. Halt, halt. Ja, 10 Euro. Auf die 50, 5.000 wird die auch gebraucht. Die Küche wäre noch besser. Hier zwei Meter runter. Wir haben schon, glaube ich, fünf oder sechs mal 50 Euro ausgeben können. Die waren schon sehr weit unten bei 19, 20 Metern sowas. Also, ja, war schon ein bisschen knappe, aber es dauert noch ein klein wenig, bis die erste 5.000 rausgehen. Ich habe kein Glück. Eigentlich muss ich gar nicht drehen. Und das ist doch gemein. Und zurück zum Start auf 40 Meter. Rauf auf die 40 Meter. Alter Falter. So, das Rad dreht sich wieder. Und schon geht's los. Das ist der erste Start gemacht heute am Rad. Mit dem nächsten Dreh hier kann es soweit sein. Die 5.000 bei Minus 3. Bei Minus 2 kommt der nächste dran. Bei Plus geht's wieder rauf. Da ist unsere Küche. Die ist fast am Boden. Die 1. Die Minus 3. Bleib stehen, bleib stehen, bleib stehen. Die Jule. 5.000 Euro an die junge Dame. Das war ein mega geiler Tag bei Höfner hier in Münster. Und ich muss sagen, das grande Finale, das wir jetzt kurz vor 7 erlebt haben, hat wirklich alles übertroffen, was ich selber erwartet habe heute. Und wir sind natürlich überall in ganz Deutschland für sie unterwegs. Und vielleicht auch irgendwann in ihrer Nähe, in ihrer Stadt. Und dann können sie mit uns feiern, Party machen und natürlich auch große Gewinne mitnehmen. 1. Dieben Familie. 2. Die혼web. Was, Tod. Was, Tod. Was, Tod. Was. Tod. Was. Fol Nil Agr Bruce 추il задач Professor. Was, Tod. Was aber. Was, Tod. Was. Flugarlche occasionallyaje. Was. Was.